Real Madrid gegen Union Berlin in der Champions League am ersten Spieltag. Ohne Zweifel mit der härteste Gegner, den man aus Sicht von Union Berlin zum Auftakt hätte bekommen können. Aber, und das muss man auch mal sagen, es ist trotzdem so ziemlich der geilste. Stell dir vor, du bist das allererste Mal in der Königsklasse dabei und du darfst dich direkt mal mit dem Rekordsieger messen. Ich glaube, viel geiler geht es wirklich nicht und ich würde einfach auch mal behaupten, dass wir hier vom größten Highlight der Vereinsgeschichte bis hierhin sprechen. Und jetzt wird es aber natürlich auch darum gehen, das Beste aus diesem Highlight zu machen. Erwähnenswert wäre an der Stelle übrigens noch, dass Union Berlin die 15. deutsche Mannschaft ist, welche an der Champions League teilnimmt. So viele Vereine hat bis dato keine andere Nation gestellt. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass nur 3 der 14 anderen ihr erstes Spiel gewinnen konnten. Und ich lehne mich mal ein wenig aus dem Fenster. Ich glaube, für Union Berlin wird es auch nicht gerade leicht werden, denn Real Madrid hat einen bis hierhin perfekten Ligastart hingelegt mit 5 von 5 gewonnenen Partien. Ja, beim ein oder anderen Spiel war vielleicht auch ein bisschen Dusel und individuelle Einzelklasse dabei. Das muss man schon anmerken, aber eben das gehört halt zu der ganz besonderen Qualität von Real Madrid. Es kommt ja unter anderem auch nicht selten vor, dass man aus ganz wenig auch mal ganz viel machen kann. Entsprechend bedeutet das natürlich, dass Union Berlin hier die vollen 90 Minuten plus Nachspielzeit hellwach bleiben muss. Zumindest wenn man ernsthaft etwas mitnehmen möchte. Es wird nötig sein, defensiv maximal eklig zu agieren. Mut zu zeigen, wenn sich mal die Chance auf einen Konter ergibt, muss man den auch gut ausspielen. Die Standards müssen sitzen, das ist ja eine Stärke der Eisernen. Vielleicht geht ja darüber etwas. Ansonsten muss man natürlich auch auf einen schlechten Tag von Real Madrid hoffen. Und um ein gewisses Spielglück würde man hier meiner Einschätzung nach auch nicht herumkommen. Ach ja, und ganz wichtig ist auch, dass man hier nicht übermotiviert an die Sache herangeht. Ich glaube, dann würde Real Madrid Union Berlin einfach nur aufressen. Aber ich sag mal so, mit Blick auf die bisherigen Spiele von Real Madrid kann ich mir schon vorstellen, dass man hier mit einer guten, konzentrierten Leistung ein potenziell unangenehmer Gegner werden kann. Also ich bin da echt mal gespannt auf die Partie. Im schlimmsten Fall passiert schlicht das, was man auch erwartet, nämlich dass man hier keine Punkte mitnimmt. Was, denke ich, nicht der allergrößte Beinbruch wäre, solange man sich hier nicht abschießen lässt. Und denkt übrigens mal zurück an Sheriff Tiraspol, die es 2021 überraschend geschafft haben, drei Punkte aus Madrid zu entführen. Von daher, träumen sollte doch durchaus erlaubt sein. Nichtsdestotrotz bleibt mir fast nichts anderes übrig, als auf einen Sieg für Real Madrid zu gehen. Vielleicht nicht ganz so extrem wie in der Simulation, aber so ein 3 zu 1 dürfte nicht unrealistisch sein. An der Stelle frage ich jetzt aber natürlich auch wie immer euch, was denkt ihr, wie wird diese Partie ausgehen? Gelingt den Eisernen direkt mal eine faustdicke Überraschung? Ich bin da echt mal auf eure Prognosen gespannt. Und ansonsten Freunde, ihr wisst Bescheid, macht's wie immer besser und bleibt am Ball.